Ich bin Guido Buchwald, Fußball-Weltmeister 1990. Es steht wieder Weihnachten vor der Tür und vor der Weihnachtszeit kommt natürlich die Adventszeit. Und da gibt es in Kreisheim wieder die tolle Aktion Menschfürst oder besser gesagt auch Kinderfürst, wo Unternehmen einfach Geld einsammeln und versuchen Menschen, Kindern, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Und da bitte ich eigentlich alle mitzumachen, weil ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Sache, gerade an Weihnachten, gerade in der Corona-Pandemie, dass man hilft, dass man seinen Mitbürger versucht auch zu helfen, dass man in der Region, wo es auch Leute gibt, denen es nicht so gut geht, in unserem reichen Deutschland einfach hilft. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und da kommt das Geld wirklich da an, wo es auch ankommen soll, nämlich bei Kindern von Bedürftigen, denen es nicht so gut geht. Also macht bitte alle mit. Es ist eine ganz tolle Sache. Menschfürst. Und ich bin dabei und ich hoffe, ihr auch.